Die drei schwarzen Schwäne Ein kirgysisches Märchen Ein alter Mann hatte zwei Söhne. Als er fühlte, dass er nicht mehr lange leben würde, rief er sie zu sich und sprach. Liebe Kinder, alles, was ich besitze, verteilt nach meinem Tod zu gleichen Teilen untereinander. Du, Ältester, darfst den Jüngsten aber nicht übervorteilen. Der älteste Sohn versprach, den väterlichen Willen zu erfüllen. Und doch kam es ganz anders. Ehe sie sich versahen, schloss der Alte die Augen. Der älteste Bruder steckte sich all das väterliche Hab und Gut ein, der jüngste Bruder dagegen ging leer aus. Da ward er traurig und weinte und rief, Also gut, wenn es so ist, ich brauche nichts. Ich werde auch ohne dich das Meine finden. Der jüngste Sohn verließ das Vaterhaus. Er ging über die Steppe, so weit das Auge reichte, und dachte auf dem Weg darüber nach, wie ungerecht doch alles in der Welt verteilt ist. Die einen haben Güter in Hülle und Fülle, die anderen besitzen überhaupt nichts. Wenn es nach mir ginge, überlegte er, dann würde ich mein Volk zum allerglücklichsten auf der Welt machen. Ich würde allen dazu verhelfen, in Wohlstand zu leben und würde den Reichen nicht erlauben, die Armen zu plagen. Mit diesen Gedanken wanderte der Jüngling über die Steppe, träumte und er blickte plötzlich vor sich eine gewaltige Grube. Eine Holztreppe führte in die Grube hinunter. Der Jüngling blieb stehen und stutzte. Was mag wohl in der Grube sein? Vor Neugier konnte er es nicht aushalten, und er begann, die Stufen hinabzusteigen. Es ging aber so tief hinunter, dass das Tageslicht über seinem Kopf bald nicht mehr zu sehen war. Schließlich führte ihn die Treppe zu einer großen, schweren Tür. Die Tür war aus Bronze mit goldenen Mustern, wunderlichen Tieren, Vögeln und Drachen verziert. Der Jüngling stieß die Tür auf und fand sich mit einem Mal in einen Palast versetzt. Der Palast hatte viele Gemächer. Alle waren reich, geschmückt, überall Seitenteppiche von hellbrennenden Öllampen beleuchtet. Wahrhaftig, wie ein Wunder! Er betrachtete alles ganz genau, ging von einem Raum in den anderen und gelangte endlich in das letzte Gemach. Als er vorsichtig die Türe öffnete, sah er drinnen auf den Kissen ein Mädchen sitzen, mit schwarzen Haarpflechten, rosaroten Wangen und Zähnen, die wie perlend schimmerten. Doch die Augen des Mädchens waren böse, da es den Jüngling erblickte, sprang es auf. Wer bist du? Wie kamst du hierher? Ich bin von der Erde gekommen, aus der Steppe, erwiderte der Jüngling. Und ich weiß nicht, wie ich wieder zurückgelangen kann. Bist du hier eingedrungen, musst du auf ewig hierbleiben, rief das Mädchen und stürzte aus dem Zimmer. Mit einem Schlag erloschen alle Öllampen im Palast. Der Jüngling konnte gerade noch das Ende des silbernen Schleiers fassen, den das Mädchen auf dem Kopf trug. Rasch eilte er hinter der schönen Heer, doch sie sprang flink zu der Tür, stieß sie auf, verwandelte sich in einen schwarzen Schwan und entwich. Ihr Schleier jedoch blieb in den Händen des Jünglings zurück. Da fiel sein Blick wieder auf die wohlbekannte Treppe und er stieg wieder nach oben, verbarg den Schleier in seiner Brust und setzte seinen Weg über die Steppe fort. Gegen Abend erreichte er eine große Stadt. Am Stadttor waren viele Menschen versammelt. Was hat euch zusammengeführt? fragte der Jüngling. Und die Bewohner antworteten. Ein Unglück, lieber Mann! Nah unserer Stadt befindet sich ein See. Jedes Jahr an diesem Tag tritt der See über die Ufer und überflutet unsere Häuser. Das Wasser aber fällt erst dann wieder, wenn wir den schönsten Knaben aus der Stadt in den See geworfen haben. Wie du siehst, gehen wir auch heute ans Seeufer und führen einen lieblichen Knaben mit, den Sohn des Schmieds. Haltet ein, ihr Unglücklichen! Was tut ihr da? schrie der Jüngling. Ihr wisst doch gar nicht, warum das Wasser steigt. Könnte man es nicht vielleicht zum Stehen bringen? Wo denkst du hin? entgegneten die Bürger. Eine schlimme Zauberin füllt den See mit Wasser und wir sind zu schwach, um mit ihr zu kämpfen. Ich habe keine Angst vor ihr, versicherte der Jüngling. Versprecht ihr mir, eine Bitte zu erfüllen, wenn ich euch vor der Überschwemmung bewahre? Wir versprechen, wir versprechen, riefen alle. Da verließ der Jüngling die Stadt und er blickte in der Ferne eine Quelle, aus der das Wasser in den See floss. Er ging näher heran und schaute sich forschend um. An der Quelle stand ein anmutiges Mädchen. Sie hatte schwarze Haarflechten, rosa-rote Wangen und Zähne, die wie Perlen schimmerten. Doch die Augen des Mädchens waren böse. Das Mädchen stand an der Quelle und goss aus einer silbernen Flasche Wasser hinein und das Wasser nahm kein Ende. Die Quelle brodelte, die Fluten schwollen, das Wasser strömte in den See und füllte ihn höher, als die Ufer waren. Als er das sah, lief der Jüngling zur Quelle, packte das Mädchen bei der Hand. Halt ein, du Waagehals, dass ich dich nicht in Stein verwandle, schrie das Mädchen. Der Jüngling aber erwiderte, ich fürchte mich nicht vor deiner Zauberkraft. Ich bin gekommen, um die Menschen vor Unheil zu bewahren und mir ist vor nichts Bange. Da entriss er dem Mädchen die Flasche. Das Wasser in der Quelle hörte augenblicklich auf zu steigen. Das Mädchen jedoch stieß vor Entsetzen einen Schrei aus, verwandelte sich in einen schwarzen Schwan und verschwand in den Wolken. Der Jüngling verbarg die Flasche in seiner Brust und ging zurück in die Stadt. An den Toren kamen ihm schon die Einwohner voller Freude entgegen und fassten ihn bei den Händen. Was willst du nun von uns als Belohnung haben? fragten sie. Ich will unser Volk zum Glücklichsten der Welt machen, entgegnete der Jüngling. Da lachten alle ringsherum. Aber du bist doch viel zu jung, um das zu schaffen. Bitte uns lieber um etwas anderes. Ich brauche nichts anderes, erwiderte der Jüngling. Und er verließ die Stadt. Er wanderte durch die Steppe, ging einen Tag, ging einen zweiten. Nach neun Tagen sah er wiederum einer Stadt vor sich liegen. Eine Menge Volk drängte sich an den Toren und alle weinten und machten niedergeschlagene und angstvolle Gesichter. Was für ein Unglück hat euch betroffen, forschte der Jüngling. Und die Leute antworteten, wir wollen unsere Stadt verlassen, ein unheimlicher Feuervogel kommt jeden Tag zu uns geflogen. Er schlägt die Menschen mit seinem Schnabel und sie erkranken an schweren Leiden. Unsere Frauen und Kinder haben vor Angst schon bald den Verstand verloren. Deshalb haben wir beschlossen, in eine weit entfernte Gegend der Steppe zu ziehen und dort zu leben. Woher kommt der Vogel? fragte der Jüngling. Die Einwohner wiesen ihm die Richtung. Dort, von jenem Felsen her. Ich werde versuchen, diesen Vogel zu bezwingen, sagte der Jüngling. Versprecht mir nur zu erfüllen, um was ich euch bitten werde. Natürlich, wir versprechen dir alles, was du noch haben willst, riefen die Einwohner froh. Wenn du uns bloß hilfst. Da ging der Jüngling los und ging geradewegs zu dem Felsen. Lange kletterte er über die heißen Steine und erst gegen Abend erreichte er den Gipfel. Er schaute sich um. Im Felsen war eine Höhle. Er schaute hinein. Drinnen saß ein liebliches Mädchen. Ihre Haarflechten ringelten sich wie Schlangen. Ihre Wangen leuchteten heller als Hosen. Ihre Zähne waren blendender als Silber. Und doch waren die Augen des Mädchens böse. Es stand da, schmückte sich mit feurigen Federn und sang ein Lied vor sich hin. Will in die Lüfte mich wiegen, will die Stadt überfliegen, will die Menschen mit Krankheit schlagen, will die Kinder zu Tode plagen. Halt ein, das wirst du nicht tun, rief der Jüngling zornig, stürzte sich auf das Mädchen und brach ihr die Feuerfedern. Das Mädchen erschrak so heftig, dass es vor Schreck einen silbernen Ring von der Hand fallen ließ. Rasch bückte es sich, um ihn aufzuheben, doch der Jüngling war noch schneller, griff nach dem Ring und steckte ihn an seinen Finger. Da stieß das Mädchen einen Schrei aus, verwandelte sich in einen schwarzen Schwan, entwich aus der Höhle und verschwand in den Wolken. Der Jüngling aber stieg vom Felsen hinunter und kehrte in die Stadt zurück. Fröhlich kamen ihm schon die Einwohner entgegen und fragten, Was willst du nun als Belohnung haben? Ich will mein Volk zum Glücklichsten der Welt machen, antwortete der Jüngling. Da lachten alle ringsherum. Du bist ja noch viel zu jung dazu. Etwas anderes brauche ich aber nicht, erwiderte der Jüngling. Er nahm weder Gold noch Seide, die ihm die Bürger boten und ging wieder in die Steppe, soweit sein Auge reichte. Lange wanderte er so unter der glühenden Sonne dahin. Schließlich wurde er müde und legte sich auf das weiche Wollgras, um auszuruhen. Plötzlich sah er ein schwarzes Wölkchen über die Sonne ziehen und in dem Wölkchen leuchtete ein goldenes Schloss von nie gesehener Herrlichkeit. Ach, könnte ich doch in dieses Schloss gelangen, wünschte sich der Jüngling. Kaum hat er recht zu Ende gedacht, als sich auch schon der silberne Schleier in eine hohe Leiter verwandelte und diese Leiter reichte direkt in den Himmel. Der Jüngling konnte nun bis zu der Wolke hinaufsteigen und trat in das Wunderschloss. Die Leiter jedoch verwandelte sich wieder in den Silberschleier. Der Jüngling bag ihn in seiner Brust und streifte durch die Räume. So kam er auch in einen großen Saal. In der Mitte stand ein Tisch, beladen mit den köstlichsten Speisen. Als der Jüngling sich aber anschickte, am Tisch Platz zu nehmen, erhob sich hinter der Tür ein Lärm. Schnell sprang er in eine Ecke und versteckte sich. Das Fenster flog auf und drei schwarze Schwäne schwebten in den Saal. Sie warfen ihre Schwanenfedern ab und verwandelten sich in junge Mädchen, eine immer schöner als die andere, doch die Augen der einen immer noch böser als die der anderen. Sie setzten sich an den Tisch und begannen zu essen. Und eine von ihnen sprach. Hört, Schwesterchen, mir ist ein Unglück geschehen. Ich habe unter der Erde einen großen Palast. Unlängst flog ich dorthin, setzte mich ein wenig um auszuruhen, als ein Jüngling von der Erde eindrang. Ich wollte ihn für immer unten behalten, aber er hat mir meinen Silberschleier fortgenommen und in dem Silberschleier war doch meine ganze böse Kraft. Auch ich habe ein Unglück gehabt, Schwestern, begann die Zweite. Neulich erschien ein Jüngling an der Quelle, riss mir meine silberne Zauberflasche aus der Hand und mit der Zauberflasche ist nun meine ganze böse Kraft dahin. Mir ist auch großes Unglück zugestoßen, erzählte die Dritte. Ein dreister Jüngling, der auf meinen Felsen kletterte, hat mir das Silberringlein weggenommen. In diesem Ring aber steckt all meine böse Kraft. Der Jüngling hörte sich das alles an und schlich leise in die Ecke, wo die Mädchen ihre schwarzen Schwanenfedern abgelegt hatten. Er nahm die Federn an sich und versteckte sie. Als die Mädchen zu Abend gegessen hatten, begannen sie ihre Federn zu suchen, konnten sie jedoch nicht finden. Sie bekamen einen gewaltigen Schreck und fingen an zu weinen. Da trat der Jüngling aus der Ecke hervor und rief, Ich war es, der eure Federn versteckt hat. Kaum hatten sie das gehört, fingen die Zauberinnen an zu flehen und zu bitten. Gib uns doch unsere Federn zurück, du hast uns schon so viel Schlimmes zugefügt. Wenn du uns auch noch die Federn fortnimmst, müssen wir zugrunde gehen. Gib uns die Federn, dann werden wir weit von hier fortfliegen und den Menschen niemals mehr Böses zufügen. Der Jüngling dachte nach und sagte, Gut, ich werde euch die Federn geben und ihr fliegt davon. Zuerst aber müsst ihr meinen Wunsch erfüllen. Was willst du denn haben? fragten die Zauberinnen. Ich will mein Volk zum Glücklichsten der Welt machen. Ich will, dass die Menschen glücklich sind, weder Krieg noch Hunger kennen, friedlich auf ihren Feldern arbeiten und dass die Reichen die Armen nicht unterdrücken können. Gut, sagten die Mädchen, es soll nach deinem Wunsche sein. Die drei schwarzen Schwäne schwangen ihre Fittiche und flogen weit, weit fort, hinter die hohen Berge, hinter die blauen Seen. sie flogen davon, um niemals mehr zu den Menschen zurückzukehren und das Volk in dieser Gegend wurde das glücklichste der Welt. Und damit ist dieses Märchen zu Ende. Ja, Untertitelung des ZDF, 2020